also ja die elfen hier sind vernichtet aber ich glaube da oben waren auch noch mal elf die können wir dann nachher auch vernichten hier ist auch noch ein elfenlager hier sind die monster die die mine belagern und der friedhof wo wir das schwert von holen sollen kriegen wir alles irgendwie hin denke ich mal vorausgesetzt wir kommen irgendwann an naja dann zum riethof noch mal den plündern dann hier hinten alles erledigen und ja im briston könnten wir uns dann holen wir uns billige einheiten also miliz und jäger jeweils also zwei davon einen davon um die wolfshülle auszuheuchern ja Ja, Mastir. Povinuus Mastir. Mastir, 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 Mastir. Mastir, 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 Mastir. Mastir, Mastir, Mastir. Mastir, Mastir. Mastir, Mastir. Mastir, Mastir. Geht zurück und holt das Schwert. So. Meer und Tote von hier. Wie gesagt, jetzt holen wir uns noch mal von dem verschluchten Friedhof. Friedtruppen. Lassen so lange schon mal die Jungs da drüben hinlaufen. Die laufen ja ziemlich normal gerade. Und laufen hoffentlich nicht in irgendwelche Arbeiter rein, weil die kann jetzt mal einen Quicksave machen. Bis jetzt hast du uns keine Stadt, oder? Warum sind wir mit euch jetzt befeindet? Egal. Ihr seid nicht so wichtig. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Wie geht's dir? die laufen wenigstens etwas schneller also wisst ihr was wenn ich hier alles gemacht habe wenn ich das mit stoff auslöschen gehen warum nicht so kann ich doch noch mal truppen verheizen also ich werde mein schreckens magier zurückschicken zum dings kommt meine armee da noch mal so erst die zombies dann die ork skelette und dann machen wir das ding platt und nehmen uns alles was da so rumfliegt naja ihr seht die sind lahm wie asche und ich habe keine ahnung warum das so ist jetzt Ich habe echt keine Ahnung, warum die so lahmarschig gerade, also meine Hauptarmee, so lahmarschig unterwegs ist. Wenn ich sie einzeln anwähle, fange ich auf einmal an zu laufen. Sogar wenn ich sie so anwähle, also die, die jetzt gerade schneller laufen. So, Friedhof platt machen und dann laufen wir geradewegs weiter. Wo wollt ihr hin? Da. Ich bin hier, Maester. Ich bin hier, Maester. Da, Maester. Da, Maester. Ich habe langsam eine große Lust, die beiden Truppen aufzulösen, einfach weil sie so langsam sind und ich keine Ahnung habe, warum. Ich bin hier, Maester. Ich bin hier, Maester. So, wie gesagt, da noch die Elfen und die Monster. Da, Maester. Ihr schleppt schon einen Haufen Zeug mit euch rum. Du nicht. Gut. Ja. Ja, es reicht mir mit den Einheiten. Ich löse sie auf. Aber sie hängen an keinen Bäumen fest, aber sie verlangsamen einfach meine komplette Armee. Und das finde ich einfach nicht sonderlich toll. Und ja gut, jetzt habe ich nur noch einen Trupp Zombies. Aber ich habe einen Schreckensmagier. Und Elfen haben nicht wirklich eine Chance gegen mich. Was ich jetzt wieder an Zombies da habe. Und noch mehr Zombies. Und ein zerstörtes Elfenlager. Yippie. So, als nächstes sind die Höhle da hinten dran. Und ja, wie gesagt, als letztes stören wir das Menschen drauf. Dann holen wir uns menschliche Units, sagen alles ein, was wir so bei den Unbruten dann gesammelt haben. Also bis auf meinen Schreckensmagier, den möchte ich erstmal gerne behalten. Sie sehen nicht besonders freundlich aus.